In einem früheren Video ging ich der Frage nach, ob Jesus gekreuzigt oder errettet wurde. Christen glauben, dass Jesus am Kreuz für die Sünden der Menschen starb, in die Unterwelt hinabstieg, um die Seelen der Gerechten seit Adam zu befreien und nach drei Tagen selbst von den Toten auferstand. Kurios ist, dass alle drei erwähnten Punkte in einer Geschichte vorkommen, die schon vor der Geburt von Jesus Christus vorkommen. Der stellvertretende Tod in der griechisch-römischen Mythologie. Die Vorstellung, dass jemand stellvertretend leiden und sterben kann, um andere vor dem Tod zu retten, wurde nicht von den Christen erfunden. Sie haben die Idee lediglich von der griechisch-römischen Mythologie übernommen. In der heidnischen Literatur der Antike wird häufig geschildert, wie jemand Qualen erleidet und stirbt, um andere zu retten, lange bevor Jesus auf die Welt kam. Eines der eindrucksvollsten Beispiele findet sich in Europädes mitreißendem Stück Alkestis. Alkestis ist die schöne Ehefrau des Admetus. Admetus, obwohl er dazu bestimmt ist, in seiner Jugend zu sterben, bietet ihm der Gott Apollo einen besonderen Deal an. Jemand anderes kann an seiner Stelle sterben. Admetus gelingt es nicht, seine Eltern zu überreden, sein Schicksal an seiner Stelle zu erleiden. Schließlich willigt Alkestis ein, ihr Leben für ihren Mann zu geben. Natürlich ist Admetus nach ihrem Tod von Trauer und Scham ergriffen. Der Gott Herakles tröstet ihn, indem er ihn in den Hades, der Unterwelt, hinabsteigt, um Alkestis von den Qualen des Todes zu befreien und bringt sie lebend zu ihrem untröstlichen Ehemann zurück. In Europädes Erzählung geht es also um einen Menschen, der freiwillig anstelle eines anderen stirbt und dann von einem Gott geehrt wird, der das Grab überwindet, indem er das schuldlose Opfer von den Toten auferstehen lässt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wir fassen die Parallelen mal kurz zusammen. Jesus stirbt für die Sünden der Anderer. In der Bibel steigt Jesus in der Nacht seiner Kreuzigung ebenfalls in die Unterwelt hinab, um die Seelen der Gerechten seit Adam zu befreien. Drittens, Jesus steht, wie in dieser Geschichte, von den Toten auf. Allah hat vor 1400 Jahren bereits im Koran gesagt, dass die Bibel verfälscht wurde. Und das wird durch diese Geschichte noch einmal deutlich. Die beweist, dass die Bibel mit heidnischen Geschichten ausgeschmückt wurde. Jesus, der im Islam ein großer Prophet und Gesandter ist, wurde nicht gekreuzigt, sondern errettet. Er starb nicht für die Sünden der Menschen, er war auch nicht im Totenreich. Und weil er nicht starb, musste er auch nicht vor den Toten auferstehen.